Wir stellen Ihnen in 60 Sekunden die Futura Single vor für kleine Haushalte und für Trinkgenuss, ohne dass man ein Loch in die Spüle bohren muss. Hier ist ein 3-Wegehahn. Sie sehen hier die Einhebelmischbatterie und hier unten genau das ist der separate Knopf, aus dem das frisch gefilterte Quellwasser kommt. Also eine klare Unterscheidung. Hier kommt das feinste Wasser raus und oben die Einhebelmischbatterie. Man braucht kein Loch zu bohren und unten in der Spüle sind die verschiedenen Filterstufen eingebaut. Fünf Filterstufen plus die Wasserbelebung und ein kleiner Vorratstank, der immer zwei Liter frisch gefiltert rausbringt und auf der rechten Seite hier oben sehen Sie auch die Möglichkeit, ohne ein Loch zu bohren, das Abwasser abzuleiten. Rechts der Wasserstopper und so ist es eine ganz feine, kleine, kompakte Angelegenheit. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020